Musik Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Online-Motor-Deutschland in Berlin. Musik Fischhändler hatte ich neulich. Ich hatte einen Maler, einen Lackierer, einen Glaser, die alle Fragen hatten, wie kann ich mein Geschäft noch besser optimieren, wie kann ich mehr Kunden erreichen. Wer ist meine Zielgruppe, wo finde ich diese Zielgruppe im Internet? Ich denke, man kommt hierher mit ein paar konkreten Fragen und wahrscheinlich einem gewissen Hunger Allgemeinwissen zu stillen. Ich bin im Bereich Online-Marketing und Online-Commerce und gehe auf jeden Fall hoffentlich auch ein Stückchen schlauer nach Hause. Musik Wir sind beratend hier, zum Beispiel für den Bereich Suchmaschinenoptimierung, um den Leuten zu vermitteln, was sie tun müssen, um bei Google besser glücksfunden zu werden. Musik Ich denke, es geht insgesamt darum, jedem zu zeigen, wie einfach das Internet heute zu bedienen ist, wie einfach man mit seinem Unternehmen präsent sein kann. Also der kleine Friseursalon, das Nagelstudio, der Metzger. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020